Also wenn Tiere reden könnten, da würde ich mal ganz ernsthaft, richtig ernsthaft mal mit einem Affe sprechen. Ich war jetzt vor zwei Tagen einkaufen und ja, da waren nur Affen. Der eine, der schmeißt alles um, der andere wirft dann mit Kacke. Und ich möchte gerne mal von den Affen wissen, weil ich verstehe sie leider nie. Warum? Warum wirfst du mit Kacke? Warum schmeißt du alles im Laden um? Kann man sich nie benehmen. Kann man sich nie ein bisschen benehmen. Also wirklich, es ist so schlimm, man sieht so jeden Tag immer mehr Affen rumlaufen. Die sich jetzt auch schon rasieren scheinbar. Aber ja, das ist schwierig, schwieriges Thema. Also ich würde gerne mal mit so Affen sprechen wollen. Ich glaube, ich habe mich auf den Kaugummi gesetzt. Nicht schlimm, den habe ich da hingelegt. Hallo Freunde, ich bin ein echtes Kniepferd. Oh nein, ein Grizzlybär. Hey Kumpel, alles klar, bei dir wie geht's. Äh, hat der mich gerade gegrüßt? Das ist übrigens, das sehe ich, das ist Deutschland. Das ist Erzgebirge 2002 war es ungefähr. Da bin ich dann auch durchgerast mit meiner Kuh. Bin ich dann ein bisschen da durchs Schnee geschlittert und habe dann die Kuh gegessen, weil ich Hunger hatte. Ne, aber schönes Gebiet. Also wenn ihr Schnee sehen wollt, ähm, guckt euch Filme an. Ähm, so Südpol, Nordpol wird auch langsam knapp. Grönland wird schwierig langsam. Also guckt euch einfach Videos an, ne. Also, wenn, wenn ich, äh, wenn irgendwann so meine Tochter, mein Sohn sagen würde, was ist ein Eisbär? Ja, guck dir doch irgendeinen Film an, wo Eisbären dabei sind. Da weißt du doch, was es ist. Wir haben doch dafür Internet. Genau für solche Dinge haben wir doch Internet. Wenn solche Dinge verschwinden von der Welt. Kannst du sagen, hier, passe üff. Ich hab damals, vor zwei Jahren, ein Bild auf TikTok mit einem Eisbären gemacht. Guck dir das an, dann wisst ihr, was ein Eisbär ist. Äh, hat der mich gerade gegrüßt? Oh Mann, an diesen tollen Rasen könnte ich mich echt gewöhnen. Andererseits muss ich ja fast wieder nach Hause. Scheiße, mein Portemonnaie, da ist meine Fahrkarte drin. Ich muss den nächsten Bus erwischen. Ist schon wieder viel zu spät, muss mich beeilen. Andererseits kann ich ja morgen ausschlafen und hier einfach noch ein bisschen rumflirten. Ich nehm einfach einen Bus später. Ja, man sollte ja auch nie sein, sein Alkoholversteck. Sollte, ne, hinter, unter der Plane da jetzt, ne. Sollte man nie unbedingt draußen stehen lassen. Ich versteck's in mir. Oh, wartet mal kurz, Kinder. Den Typ kenne ich von früher. Hey, Philipp, kennst du mich noch? Wir waren im selben Deutschkurs. What the fuck? Das bescheuert. Ich hätte mit Kerl zusammenbleiben sollen. Was zur Hülle ist denn das für ein Typ? Richard, guck dir den mal an. Oh, das ist ja unheimlich. Charlie, schnell, komm mal her. Du musst uns helfen. Hab ich da etwa gerade meinen Namen gehört? Hey, du da. Was ist dein Problem? Sollst du streiten oder was? Zeigst du dir das fest? Charlie, Charlie. Zeigst du, wer hier der Boss ist, Charlie. Mann, der hat aber ein ganz schön imposantes Selbstvertrauen. Ich hab jetzt gerade einen Schock bekommen. So, was kriegen die am Tag zu essen? Ein ganzes Schwein? Zwei Schweine? Drei Schweine? Für jeden ein Schwein? Oder was kriegen die zu essen? Guck mal, wie abgemagert ich bin. Ich muss für mein Essen arbeiten gehen. Dass ich wenigstens am Tag eine Suppe essen kann. Weil es geht ja dann alles an den Start der Rest und so. Also, das ist echt gemein. Das ist wirklich gemein. Du solltest lieber abhauen. Jetzt wird gekitzelt. Na, wie gefällt dir das? Ich kriege ja nur 110 Kilo. Gut, wenn du die Scheiße aufhörst. Hey, Spaß. Wögen Sie, ich interessiere mich das Neusten auch für Politik. Und natürlich auch für diese leckeren Snacks. Das deutsche Rentensystem muss eigentlich revolutioniert. Ja, sowas finde ich immer schwierig. Also, wenn man dann, ja, weiss ich nicht, wenn man dann heimlich eine Aufnahme vom Bundestag macht, ähm, Wollt ihr heimlich gefilmt werden? Wollt ihr wirklich heimlich gefilmt werden? Wenn ihr gerade denkt, ihr werdet alleine und im Hintergrund filmt euch einer. Weiss ich nicht. Ich finde es schwierig. Also, ich würde es nie machen. Ne, ist gelogen. Ich würde es machen. Ich würde es auch hochladen. Aber ich weiß es nicht, ob das andere machen müssen. Aber, na gut, jetzt haben wir mal eine Privataufnahme. Von Philipp Amthor, ne? Na, na ja. Vielleicht finde ich ja auch endlich mal einen süßen Freund. Wissen Sie, was ich nicht leiden kann? Ich habe es brauchen. Dann sind doch lieber meine Schüttelkornflakes. Sie wollen wissen, was ich von Gorillas halte? Die sind hässlich. Na. Diese Schüttel passt überhaupt nichts rein. Fertig. Weißt du, was passiert, wenn ich dich sehe? Äh, nein, Paul, was denn? Da kriege ich einen Hals. Oh, ich auch. Oh. Au. Entschuldige. Faltet da noch die Bewegungen dazu. Guckt euch mal die Bewegungen. Nee. die jetzt kannst du mir mal bitte zur hand gehen ich habe das hier nicht alleine ich mache ja schon die probleme kenne ich selber ist es auch nicht lustig oder sowas bei mir ist es ja wirklich krankhaft ich habe es euch ja schon mal bei mir erklärt also das universum dehnt sich aus und ich stehe mich mit dem universum zusammen aus deshalb ist eine krankheit ist nur universums krankheit kann ich euch jetzt erklären die so komplexes hat was mit quantenphysik zu tun meine freundin auch wenn ihr wenn wenn ich zum beispiel aufstehen muss vom bett oder sowas da musste wir haben hier eine stütze jetzt eingebaut haben an die wand dran gemacht da muss mir helfen also ich schaffe das selber auch nicht mehr ich habe das selber auch nicht mehr das ist das ist es sieht jetzt gerade so lustig aus aber das ist wirklich also wenn ihre die diese krankheit habt die besagte die ihr mit quantenphysik zu tun habt das ich will das ja nie aber ich kann nichts dafür ich kann wirklich nicht ich stehe mich halt einfach aus das liegt ja mein essen ich esse gesund ich esse döner mit salat ich esse hamburger da ist auch ein bisschen salat drauf ich esse pommes das sind kartoffeln also an mein essen liegt es definitiv nicht na also bitte aber bitte ein bisschen sport dankeschön das mit dem riesigen arsch habe ich aber überhört ich bin sofort meine nüßchen zurück ich habe deine blöden nüßchen aber nicht lass mich los ein mieser nüßchendieb spinnst du du musst ja nicht gleich beißen ich bin sofort meine nüßchen zurück los jungs bewegt eure ärsche heute gibt's pizza an der kantine guck mal lisa ich habe einen tanga gefunden das ist kein tanga das ist so eine corona maske was nein das ist ein echter tanga als ob jemand im zonen tanga verliert das ist eine maske ich habe genau diesen dicker typ verloren hat also für mich ist das ein tanga für mich auch ich bin den ganzen weg aus europa her gekommen um mich nachhaltig für den tierschutz einzusetzen ich habe jetzt wirklich ohne scheiß ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet dass der elefant vielleicht mit seinen rüssel die paarungen einleitet aber aber damit damit habe ich jetzt nicht gerechnet also das war ein roundhouse kick in die fresse aber aber richtig stück entschuldigen sie könnte ich vielleicht ein stück von ihrem fleisch haben und jetzt verpiss dich ich soll mich verpissen seit wann sind die leute eigentlich so unfreundlich nur ein bisschen verpiss dich habe ich gesagt was ist ihr problem sie haben doch genug welchen teil von verpiss dich hast du nicht verstanden sie ja wenn sich tiere so benehmen wenn wenn das jetzt meine zwei vögel hätten sie eh mag gemacht und dann wären sie selber so ein fleisch klopf ich bin übrigens beim bwf das ist das ist ja ich finde das so das problem ist die menschen und die affen in den läden die man jeden tag sieht oder nie auf nie auf arbeit also das war ein spaß ich wollte mir auf arbeit sagen ich wollte sagen auf amerika amerika genau amerika wenn man da immer so die affen sieht klar die 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 lernen das verhalten von uns die lernen halt wirklich das verhalten von uns und wenn wir kein gutes vorbild sind warum sollten dann die affen und die anderen tiere gutes vorbild sein ne also denkt mal drüber nach wir sind der spiegel der gesellschaft hab ich gesagt ne das ist nicht gut das ist wirklich nicht gut ich weiß ich habe jetzt gerade hier keinen spiegel und ich kann euch das nicht bildlich machen aber wir sind der spiegel der gesellschaft ja das war's ja ich finde schön wenn tiere reden könnten ich würde mich halt auch mal gerne mit habe ich ja schon mal zusammen mit einer eintagsfliege unterhalten weil die einfach auf dem geistigen niveau ist von mir also ich glaube die ist ein bisschen höher aber aber zumindest fast gleich ich muss jetzt den käfig sauber machen und für meine freundin bananen holen weil die muss wieder in ihr gehege letztes meiste total ausgerastet letztes meiste hier durch meine von deckenlampe zu deckenlampe geschwungen und hat mich mit kacke beworfen und ne das will ich heute mal verhindern deshalb werde ich ihr klei bananen geben und den käfig ein bisschen reinigen ich hoffe euch hat es gefallen ihr seid der spiegel der gesellschaft ja ist so ne guckt das original video an lasst die bitte lasst kommentare da lasst wortschein dauer und ich würde mich mega freuen wenn ihr beim nächsten mal einschalten würdet haut rein und tschüss ja